wir sind hier in dem garten von der nachbarin jetzt wollte ich noch zeigen wie sie aufdreht ich glaube ich muss jetzt hier wirklich mal richtig lange bleiben schauen wir mal sie macht das so toll sie folgt mir jetzt hängst du da ist dann panik also deswegen hätte ich jetzt diese leine gar nicht genommen super sehr klug diese leine für die katze weil sie wirklich mit der leine eher probleme hat schauen wir mal ob sie dann kommt du bist so toll fein machst du bist ja du weißt ich tue dir nichts und wenn ich ihr eben die folgt und folgt los die latte bitte hier schauen wir mal ob sie kommt ja fein feines mädchen ja immer im sicherheitsabstand eine runde einmal runde genau alles gut warte ich hänge fest super